Über elf Jahre sind vergangen seit der letzten Jabba Sail Barge. Jetzt bringen sie ein Set auf den Markt, was mehr als viermal so groß ist. Die UCS Segelbaracke von Jabba mit 3942 Einzelteilen, elf Minifiguren und einer unbeschreibbaren UVB von 499,99 Euro. Ob sich das überhaupt ansatzweise lohnen kann, welche Details sich außen und innen verstecken und welche Alternativen es vielleicht noch gibt, schauen wir uns in diesem Review an. Mir wurde das Set hier früher für dieses Video zur Verfügung gestellt, deshalb kann ich euch das jetzt schon präsentieren. Meine Meinung bleibt trotzdem noch meine eigene. Wenn ihr den Karton öffnet, habt ihr wie in UCS Manier dort erstmal zwei große Kartons dabei, die sogar auch noch bedruckt sind. In diesen Kartons sind dann wiederum die einzelnen Bauabschnitte. Auch dieser mysteriöse Umschlag ist enthalten. Diese beiden Pappverpackungen und ein paar Plastiktüten sind tatsächlich auch noch da. Da sind dann die UCS Plaketten und Schläuche drin eingepackt. Anleitungen gibt es zwei Stück, das heißt ihr könnt das auch mit zwei Leuten parallel bauen. Haben wir auch so gemacht. Dabei startet ihr erstmal mit einer großen Technikkonstruktion, auf die der Innenraum draufgesetzt wird. Von unten kommen einige Ständer dran. Komplett schwarz liegen kann das Lego-Modell natürlich nicht von selbst. Außen drum verkleiden wir das Ding mit sehr sehr vielen braunen Paneelen. Da sind auch ein paar nette Bautechniken gerade hier für die Front eingebaut, sodass sich das halt alles so spitz zuzieht. Ich zeige euch gleich nochmal genauer. Von oben haben wir ein Borddeck draufgesetzt. Das kann man auch jederzeit abnehmen, um dann noch den Innenraum zu erreichen. Und die Segel werden dann dort auch noch her draufgesetzt. Die Segel, das sind die Dinger, die hier in diesen Umschlägen versteckt gewesen sind. Und die sind auch so leicht stoffartig, damit das nicht so reflektiert wie bei der letzten Segelbaracke. Das fand ich nicht so cool. Hier ist es besser gelöst. Sobald ihr den Zusammenbau beendet habt, wird euch erstmal auffallen, wie groß das Ding ist. 77 Zentimeter lang. Das ist ein wirklich dicker Oschi. Hier habt ihr direkt mal einen Vergleich neben der Titanic. Die ist natürlich nochmal ein Stück länger. Oder auch nochmal einigen anderen UCS-Sets. Die längliche Form macht es natürlich relativ einfach, dieses Ding auszustellen. Längst zur Wand, irgendwo neben dem Fernseher oder so. Das ist einfacher als bei einem Sternenzerstörer. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Sachen, die mir beim Aufbau echt gut gefallen haben. Erstmal haben wir hier oben natürlich noch diese Reling dran gemacht. Das sind solche langen Tube-Elemente, die ihr bestimmt auch kennt. Und jetzt wird euch wahrscheinlich diese eine Ecke hier triggern. Dort fehlt ja so ein Clipser, denkt man jetzt auf den ersten Blick. Tatsächlich ist es aber mit Absicht so gemacht. Denn die echte Segelbaracke aus dem Film, die ist dort auch beschädigt. Und diese Beschädigung, die haben sie sogar dann hier nachgebaut, indem sie das einzelne Teil einfach weggelassen haben. Das ist echt kein Hexenwerk. Aber das zeigt mir, dass die Designer sich bei diesem Modell zumindest mit dem Film auseinandergesetzt haben. Die Details genau studiert haben. Wenn euch das aber zu sehr triggert, dann könnt ihr natürlich auch einfach das Ersatzteil nehmen und das dort noch einfügen. An einigen anderen Stellen kann man diesen Spirit auch noch wiederfinden. Zum Beispiel bei der Laser-Kanone hier, die Prinzessin Lea dann am Ende benutzt. Die ist wirklich sehr, sehr schön gebaut. Da gibt es auch noch so ein kleines Trittbrett, wo Lea dann draufsteigen kann, um die so nach rechts und links zu bewegen. Vorne diese Frontpartie ist natürlich immer schwierig zu machen. Ich finde, bei den Spielmodellen sah das nicht so gut aus. Hier beim UCS-Set haben sie es eigentlich ganz gut geschafft. Da ist eine nette Bautechnik mit diesen Cutplates innen drin gewählt worden. Aber, nein, falls ihr fragt, die Spielfunktion mit der Kanone drin wie beim Spielset, die gibt es hier leider nicht mehr. Dafür haben die Piraten jetzt kleinere Kanonen, die an der Reling befestigt werden. Von hinten sticht noch dieser Antrieb heraus. Ihr könnt die einzelnen Fenster öffnen, indem ihr die einfach so hochklappt. Dann kann Prinzessin Lea da auch herausgucken. Diese Flügel an der Seite, die werden verwendet, um zu steuern. Lassen sich auch in alle Richtungen bewegen. Hier sehen wir aber leider schon einen kleinen Minuspunkt. In diesem Set gibt es einige Sticker. Die Stickergröße, die geht verhältnismäßig für ein so großes Lego-Set noch. Was für mich aber gar nicht geht, ist der Farbunterschied zu den Steinen. Das geht gar nicht klar bei einem so teuren Sammler-Set. Und wenn wir hier schon beim Meckern sind, die Spaltmaße sind teilweise schon ziemlich groß. Klar liegt es immer an den Lego-Teilen. Immerhin haben sie es hier geschafft, dass mal ausnahmsweise keine bunten Farben von innen nach außen durchscheinen. Vor allem im Innenraum glänzt die Sailbarge. Den könnt ihr betreten, wenn ihr hier oben diese Luke einmal öffnet. Also für Minifiguren ist das der Weg. Wir können natürlich auch einmal alle Paneele abnehmen und die braunen Teile nach außen hin aufklappen. Bevor wir zum Innenraum kommen, zeige ich euch noch die Minifiguren. Elf Stück an der Zahl sind hier enthalten. Mit dem Elefanten im Raum fangen wir an. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber die neue Jabba-Figur ist hier natürlich enthalten. Ihr seht, die Konturen sind etwas anders. Ansonsten ist es der identische Mold wie bei der Figur, die wir vor über zehn Jahren das letzte Mal gesehen haben. Ihm an der Seite steht eine neue Version von Bip Fortuna. Immer noch ein super schön gemoldetes Kopfteil hier für ihn. Dazu dann ein Gamorrean Guard. Den haben wir so auch schon in Boba Fetts Thronsaal gesehen. Falls ihr euch jetzt fragt, warum hat er denn keine Waffe? Die Waffen, die sind alle im Innenraum von der Sailbarge eingebaut. Da wurden keine Extrawaffen mehr geliefert. Sehr, sehr schade, dass sie daran gespart haben, weil man möchte ja irgendwie in der Sailbarge, aber gleichzeitig auch in der Hand was haben. Dann bekommt ihr die Standardversion von R2-D2 und C3PO. C3PO, da muss ich mich direkt beschweren. Hat nicht die Dual-Molded-Beine. Die sind ja ursprünglich exklusiv gewesen im Land-Speeder. Dann wurden sie nochmal in der baubaren C3PO-Figur reingebracht, also nicht mehr exklusiv im UCS-Set. Dann hätten sie es auch noch in dieses 500-Euro-Set reintun können, was mehr als das Doppelte kostet als die anderen beiden Sets. Sehr, sehr schwach. R2-D2 hat so ein Servierbrett bekommen. Da sind dann auch einige coole Drinks drauf, so eine Art Kakao hier. Dazu eine neue Version von The Lashiest Crump. Auch da muss ich mich wieder beschweren. Ich finde, der sieht sehr, sehr leblos aus wie so ein Zombie mit den nicht bedruckten Augen. Das ist bei der anderen Figur wesentlich besser gewesen. Drei neue Piraten, teilweise neue Molds und Bedruckungen hier. Aber euch fällt es wahrscheinlich direkt auf. Die haben allerseits keine Beinbedruckung. Das sieht aus wie bei den Superhero-Sets. Das muss in einem UCS-Set bedruckt sein. Da lasse ich auch nichts drauf kommen. Max Rebo ist auch wieder enthalten, wie bei der letzten Sail Batch. Tatsächlich ist es auch eins zu eins der gleiche Mold, der hier verwendet wurde. Vielleicht gibt es Mikro-Mü-Abänderungen. Die habe ich jetzt hier noch nicht entdecken können. Der Print sieht auch für mich sehr, sehr ähnlich aus. Je nachdem, wie gebraucht die andere Figur von Max Rebo halt ist. Und dann gibt es natürlich noch Prinzessin Leia. Und hier haben sie wieder einen rausgehauen. Dieses Haarteil von ihr, das ist absoluter Wahnsinn. Wie sich das da um die Schulter zieht. Mit diesen goldenen Elementen da dran. Richtig schön. Von hinten hat sie noch so ein Teil dran. Das werden wir später noch benutzen. Und die Beine, die sind hier dual-moldet. Das sieht aus, als ob sie eine Shorts an hätte. Aber man muss sagen, es war ja noch nicht so ganz klar, ob wir jemals wieder so eine Slave-Version von ihr bekommen werden. Ich schätze mal, unter dem neuen Disney-Regime war das der Kompromiss, dass Lego diese Figur nochmal herausbringen darf. Ich gehe ja jetzt nicht auf eine halbnackte Minifigur, deshalb kann ich damit leben. Womit ich aber nicht leben kann, das ist mit der Druckqualität hier auf den Beinen. Wie komisch ist denn das da bitte draufgedruckt? Das ist absolut nicht gerade. Und meine Figur hat ja auch noch so eine Macke an den Beinen. Das wird einem ultimativen Sammlerset leider auch nicht gerecht. Alle Figuren haben auch Platz auf einem Ständer. Allerdings gibt es bei diesem ein paar Qualitätsprobleme. Ihr seht hier, wenn man den normal hinstellt, der ist so eine Banane. Der ist leicht gekrümmt, was halt an den Klemmbausteinen liegt. Das triggert aber total, dass es massiv auf der einen Seite runterdrückt und es auf der anderen Seite hochgeht. Für Jabba mit der UCS-Plakette gibt es einen eigenen. Die UCS-Plakette, die ist hier auch tatsächlich beprintet. Man sieht dann leider immer noch den Angusspunkt bei der 8x16 Plate in der Mitte. Muss man jetzt entscheiden, ob man lieber den Angusspunkt oder den Sticker hat. Optimal wäre natürlich den Angusspunkt woanders zu setzen. Jabba sitzt hier aber auch noch direkt drauf neben dem 25-Jahre-Stein. Starten wir nun unsere Roomtour im Inneren der Sailbarge. Da finden auch einige Minifiguren nochmal Platz. Zum Beispiel zwei Piraten, die das ganze Teil dann hier steuern. Die haben da auch drei Displays vor sich vorsehen und ihre Sitze, die können sie auch so zurückklappen, um dann dort ein bisschen zu entspannen. Was natürlich eigentlich nicht der Fall sein sollte. Dieser Bereich ist normalerweise verdeckt von der Frontpartie, deshalb sind da auch keine Details mehr zu finden. Über die Tür hier hinten könnt ihr in den Rest der Sailbarge rein. Beim Originalvorbild befinden sich dort nochmal zwei Gästezimmer. Die haben es hier allerdings nicht reingeschafft, muss ich fairerweise sagen. Da finde ich die anderen Details, die jetzt gleich kommen, auch noch ein wenig cooler. Auch das untere Deck ist bei Lego leider nicht zu finden. Dafür ist einfach nicht genug Platz. Dafür wurde die Gefangenenzelle hier jetzt ein Stockwerk höher verlegt. Direkt daneben befindet sich nochmal diese Leiter. Die geht dann dort oben zu den Doppeltüren hin. Kann man aber auch herausnehmen. Das ist ein ganz normales Teil, damit man dort hinten an die Waffen herankommt. Da ist für jede Minifigur genau eine Waffe vorhanden und in das Fass kann man auch noch ein paar Sachen hereinlegen. Um an die Gefangenenzelle heranzukommen, könnt ihr entweder hier vorne die Türe öffnen, das ganze Ding einfach herausnehmen oder von hinten die Luke öffnen. Ich denke, das ist am besten. Da sind auch noch so ein paar Details dran. Knochen liegt da drin. Und der Gefangene zählt hier auch schon die Tage bis zu seiner Entlassung. In den Sarlack, wer weiß. Hier könnt ihr direkt auch schon die Rückseite begutachten, da ist eigentlich bis auf diese Kiste nicht viel zu finden. Dafür hat es tatsächlich die Küche aus dem Originalvorbild hier herein geschafft. Ja, ich habe mich auch erst gewundert, warum da die Treppen mitten in der Küche sind, aber das ist tatsächlich im Original auch so. Wenn euch die stört, könnt ihr die aber auch einfach herausnehmen und dann sieht man da ein bisschen besser den Herd, die ganzen Fische, das Fleisch an der Wand, die Knochen. Super cool finde ich auch, wie die Teller dort unten herein sortiert wurden. Und einige Rezepte hängen dann dort auch an der Wand. Auf der Rückseite der Wand haben wir ein Foto von Jabba. Fun Fact, auch das hängt auf der originalen Segelbaracke. Das ist sein Bereich hier am Ende des Schiffes mit der Band auch noch. Sieht jetzt auf den ersten Blick relativ leer aus, aber wenn wir da Jabba mal hereinsetzen, seht ihr, ah ja, der Platz wird schon benötigt. Wir können aber auch noch die ganze Plattform hier entnehmen. Da hat er dann seine Wasserpfeife und so ein kleines Geländer zum Anlehnen. Und am ganz hintersten Ende hat dann Max Rebo sein kleines Instrument, könnt ihr ihn auch so hereinsetzen. Und da haut er dann ordentlich in die Tasten herein. Ja, die Tasten, die sind hier tatsächlich auch mit Stickern gelöst, leider. Nun lüften wir aber das große Geheimnis, was sich hier in dieser kleinen Kiste drin befindet. Es ist eine Kette und die wird natürlich benötigt für Prinzessin Lea, damit sie hier mit dem Rückenteil an Jabba gekettet werden kann. Beziehungsweise die Kette dann auch benutzen kann, um ihn am Ende zu erwürgen. Ich denke, das haben sie mit Absicht auch hier so ein bisschen versteckt. Spannend wird es dann natürlich auch nochmal, wenn wir das Ganze mit dem 80 Euro Add-on Set hier ausstellen. Das ist einerseits das Sarlacc Pit mit dem Desert Skiff. Das wirkt direkt schon viel kompletter als Szene. So ist es ja ganz früher in der ersten Sale Barge tatsächlich auch der Fall gewesen. 80 Euro hat das damals noch gekostet. Klar war kein UCS Set, aber es waren alle wichtigen Charaktere in einem Set. Und man hatte halt das Desert Skiff genauso wie den Sarlacc. Der Sarlacc, der ist natürlich noch ein bisschen zu groß, weil er halt aus dem Boden hervorguckt im Vergleich mit dem Desert Skiff. Das müsste ein bisschen höher. Ich muss sagen, weil der Sale Barge, das geht schon einigermaßen. Wobei man natürlich immer noch die schwarzen Ständer dort sieht. Ganz ehrlich, bei dem Preis hätten sie das definitiv auch alles in einem machen können. Oder zumindest ein Desert Skiff reinlegen. Es sind ja tatsächlich zwei, die man dort in der Szene sieht. Ach ja, eine 25 Jahre Minifigur, die haben wir in dem großen UCS Set natürlich auch nicht. Nur in dem kleinen Set. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Aber der Preis ist natürlich der größte Faktor bei diesem Teil. Man muss einfach mal sagen, wenn man die 500 Euro für kleinere Sets ausgibt, die im freien Handel verfügbar sind. Und die rein objektiv gesehen einfach bessere Sets sind, wie zum Beispiel der Tentive Hallway und sowas. Dann bekommt man eine riesen Auswahl an verschiedenen Sets. Mehr Minifiguren, abwechslungsreicheren Bauspaß und natürlich auch noch Rabatt auf die UVP. Was man bei diesem großen Set einfach nicht bekommt. Weshalb man sich denke ich schon mal überlegen muss, ob sich hier ein Kauf überhaupt noch lohnt bei solchen großen UCS Sets. Auch im direkten Vergleich mit den letztjährigen Mega-Kloppern wie der Razorcrest oder dem Venator. Muss ich sagen, sieht die Sale Barge ein bisschen alt aus. Klar ist es natürlich noch mal günstiger, aber wenn man so jetzt rein objektiv da drauf guckt, die Razorcrest ist wahrscheinlich das Beste, wenn man noch 100 Euro mehr investieren möchte, was man gerade so bekommen kann. Falls ihr da am Überlegen seid, findet ihr die Reviews zu den restlichen Sets bei mir natürlich auch auf dem Kanal. Hier noch mehr Videos. Vergesst nicht zu abonnieren und bis dahin möge die Macht mit euch sein.